so let's face was immer aus der welt wie immer ist sie voll mit shit Den Nails mitgenommen, scheiße. Den Nails mitgenommen, scheiße. Das ist offen zum Thema Ausdauer-Elite, Alter. Ich habe dich gehört, da warst du noch gar nicht drin. Ja. Wie geht das? Nein, ich weiß nicht, ich bin schnell. Ich komme jetzt ins Bett. Nice. Ausrüstung wieder hingegeben, eine Runde gespielt, erste Sturm, Ausrüstung wieder mitgenommen, Ausrüstung wieder hingegeben, wir sind alle Sturm. Nice. Ja. Und dann war ich jetzt halt auf dem Duschen für den Hütten raus und jetzt gehe ich jetzt weg. Okay. Nur noch fleißig bei Wälder. Ja. Ja, gerade wieder rein. Ich habe gerade einen Kopfschuss gekriegt. Er stand zwei Meter vor mir und komischerweise, weißt du nicht, ich komme irgendwie bei dem nichts an. Ich bekomme einen Schuss. Was? Ähm. Na, für der P90 hätte ich fressen. P90 hätte ich fressen. Na gut. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Geht los, Junge. Bis später. Ja. Moin. Moin. Ja, ja, Gier verheizen halt, weißt du. Die was? Der Mischer ist fünf Sekunden vor dir raus. Okay. Wie spielst du jetzt wieder mit ihm, oder? Ich habe ihn wieder eingeladen. Ich habe ihn da kurzzeitig rausgekickt, weil mir das ein bisschen zu blöd erst war. Und da ist er aber nicht verbinden, weißt du. Aufstehen wird er mit reingeholt und außerdem ist er ein Unkumpel von dir, weißt du. Ich kann davon saufen. Nice. So wie okay. Da ist er auch zu, hat er gesagt. Ey, ich bin komplett dichter. Das geht überhaupt nicht mehr. Kann ich mal Discord ein bisschen lauter machen. Ich wollte gerade nur Verpflichtungen machen. Was denn für Verpflichtungen? Nee, Spaß. Verpflichtungen sind es ja nicht. Aber du weißt schon. Achso. Achso. Aha. Die ganze Zeit keine Sau auf der Korte. Spiel ich alleine. Steffen raus. Spiel alleine. Einen Player. Ich habe da vorne einmal reingeguckt, als Steffen noch da war. Aha. Mein Handy habe ich reingeguckt. Aha. Aha. Aber nicht so großartig. Habe euch nur gesehen im Channel und dann bin ich wieder weiter trinken gegangen. Nice. Ja und es ist auch Nebel des Grauens angesagt. Nebel des Grauens, ja. Ja. Nur Nebel. Nebel. Ja. Gibt es jetzt ja die E. Ist mit der Katze kaputt? Was? Bist du behindert Katze? Scheiße. Aber gestern war der Nebel extremer. Was? Da konntest du vielleicht 5 Meter gucken. Ich so zum Michel sag ich ähm sag mal der Nebel war da schon immer so stark. Dann haben sie wahrscheinlich schon wieder runter gedreht. Weil es war sowas von brutal. Du konntest von hier aus nicht in seine andere Lage gucken. Jetzt gehts wieder. Ja. Hast du sonst gleich noch Bock auf Battlefield? Äh. Du müsstest die andere Festplatte erst wieder anstöpseln du. Auf Battlefield heute? Ja ne. Heute eher nicht du. Ich bin ja gerade so drin weil alles so schön teuer ist weißt du. Dann muss ich erst wieder neu starten. Die Festplatte anstecken. DZ könnte man mal wieder gucken aber heute nicht mehr du. Ich wollte jetzt maximal nur 2 Runden machen hier. Mhm. Oder vielleicht 3 mal gucken. Und dann Penn oder? Ja. Reicht. So jetzt ist ein Samstag. Ja. Oh, statt schon spreche mir jetzt die Bene. Da waren wir heute schön mit Thermol drinnen. Das hat schon mal Laune gemacht so wirst du. Aber du hast kaum Player weil die ganze Gear verheizen auf den Labs anscheinend. Keine Ahnung. Thermols sind nur ausverkauft bei Jäger. Im Flohmarkt kriegst du einen Thermol für 5 Mülle. Richtig krass. Hab gestern meine Stürmen-Quest endlich mal fertig gekriegt. Hatte natürlich wieder eine Retrable dabei. Seit langem mal wieder. Den hab ich gestern gewonshotet mit der Schrotze. Aber mit dieser KS 23 das Ding ist oben über so PE. Der Nebel ist jetzt auf jeden Fall nicht mal so dicht wie gestern. Gucken wir mal ob er da ist. Na gespannt. Wie spielst du nur Wurzer da? Ja. So zur Zeit. So ein bisschen Form so weißt du. Wenn du was anderes spielen würdest du denn nicht? Jetzt hat man ja die Möglichkeit auf Labs ein bisschen üben. Oh ja. Da könnte man mal irgend so eine KAK AK mitnehmen. Trotz ist das glaube ich nicht so gut bei den Raider. E-T-Munition ist auch da. Jetzt sind ja Leute los. Jetzt ist heute Matic Day. Oh da kommt ein blauer Laser. Oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So Struzi. My friend. Ich trotz man down mit 4 Schuss. Ach Schrotze. Boah. Nein Leute. Wir wollen nicht schreien. Wir sind so ja anschauen. Wir wollen ja auf. So見て nach. Lord Down. Fuck shitNewsball in die haften. Ah. Ja, Munition ist übrigens teuer geworden. Ja. Was sitzt da in der Halle? Oh fuck. Noch ein Goddown. Und alle down. Was ist mit der Muni los? Ich hab gerade alle weggeschrotzt, alter. Das ist die Goals. So, keine Red Rebel. Ähm. Oh nein. Ah. Schmutz. Nichts wird so. Hätte ich sie gar nicht auch gehabt, oder? Für Labs. Armee Rucksack. 60.000 wert. Da ist hier, ähm. Ja, die Muni. Die ist ordentlich was wert gerade. Ob er nie bloß dem Muni, also. Auch andere Sachen. Äh. Geht mal kurz auf Reserve mit dem Siaffi. Ähm. Jo. Ah. Oh fuck. Letztes Blutspenden gewesen, ey. Übelst nicht mein Tag gewesen. Jo. War gerade fertig mit Spenden. Wollt gerade aufstehen. Und er ist übelst schwindelig geworden. Zu schnell aufgestanden. Okay. Okay. Du bist... Du bist alt. Das ist das ganze Problem. Ich hab ihm. Ach, gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, war gestern schlimmer Okay, time to extract Um, ja Oh, ja Oh, ja Alter, da sind die ganzen Plebos hier, Alter, du musst doch verbluten, ey Was war das? Was, bei mir oder bei dir? Ja, keine Ahnung, mein Headset, das macht immer irgendwelche Banken oder so Hättest du diesen komischen Meme mit diesem Nani und dann übelst, äh, dieses verzerrte... Ich hab Sanita gekillt, ahahaha Scheiße Hast du, hast den gekillt gerade? Ja Jetzt seine gefühlt 10.000 HP doch doch alles irgendwie hat 4 2 oder 3 schuss im kopf aber ich habe auch nicht gesehen also ich habe nur die silhouette gesehen und dann bin ich weg geraten weil ich schon beschossen wurde das klingt auch noch ein blon da hätte ich auch bock drauf zwar verdammt nebelig überall kannst du glauben junge jetzt überlege ich mir in der hoffnung ist es gestern war ein team sieht er nur ich hab mir schossen ja klar weil ich war ja auch bmc ich dachte mir ja gut der hat jetzt eigentlich ist es traurig aber ja ich bin mit mich auch gestern das eh immerhin noch ein anderer spieler haben das ausgenutzt da hockte nicht wirklich ein dreierteam wirklich in die büsche und jetzt weggerötzt also wollen wir als skaff drinnen völlig stimmen es steht einer Was ist denn da? Was ist denn da? Wir haben die Beine, und jetzt sind wir die Schnauhe. Ich bin so zufrieden von diesem Gehen. Was ist da drin? Äh, schenk ich denen was? Ich schenk denen was. Okay, Leute, wir müssen alle zusammen arbeiten. Ja, ich schreibe jetzt einfach. Schenk ich denen auch noch. Oh, ich schenk denen auch noch was. Zack. Strutzt man ins Knochen? Ohne Magazin. Ich hoffe, die Edelbubbel ist da nicht mehr drin. Scheiße. Jetzt vielleicht vorher leer schießen sollen. Jetzt müsste ich da schießen, Alter. Oh. Sehr entspannend bin ich nicht. Hey, willst du kooperieren? Willst du kooperieren? Ich weiß gar nicht mehr, was er hieß. Ich hab gar nicht geguckt. Äh. Ja komm, raus. Dann können wir wissen, die sind auch vernünftig. Irgendwie wirst du ein paar Runden machen. Nice work, fella. Nice work, bitch. Boah, es wischen Kopfschuss geben, Alter. Nice work, bitch. Und da, ich geh'n's gern mal her. Helfen nicht. Da kam die soziale Order. So. Ich hätte jetzt gesagt, ich krieg' auch nix. Bam. Ja, bevor er jetzt sinnlos rumsteht, weißt du, und nichts hat. Ach, da hast du den Schrott gegeben. Aber das Gefährliche ist halt, ne? Hat er jetzt eine Patrone in der Kammer gehabt? Weil angezeigt hat sie's nicht, weißt du? Deswegen hab ich das Magazin rausgenommen, Alter. So. Was haben wir denn hier? Gut, mein Bauch. Wo ist das Korb? Mit dem anderen Bauch. Ja, wenn's ein bisschen pro Rubel geht, weißt du? Lassen Sie dich in Ruhe. Ich meine, da hätt' wir ja einen Eddie geben können. Mit seiner Treppel. Der Skeff-Rucksack allein ist ja schon 6K wert. Ja. Ich hab' nie auf den Namen geguckt. Wenn er was der hat, der mich vorher gekillt hat. Ich sauer, aber hätt' ich da ja schon.